Fachliche Kompetenz ist nur zu bewahren durch eine permanente berufliche Weiterbildung. Im Sachverständigenwesen kommt diesem Anspruch nicht nur eine ganz besondere Bedeutung zu, hier wird er zur Verpflichtung. Das Sachverständigenkolleg wurde 1994 in Hamburg gegründet. Das Institut dient speziell der Aus- und Weiterbildung von Bau- und Immobiliensachverständigen. Hier werden aktuelle Themen aus technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht rund um die Immobilie behandelt. Das Niveau der berufsbegleitenden Aus- oder Weiterbildungskonzepte ist hoch. Wir wissen, dass der Wert von Weiterbildungsmaßnahmen ganz entscheidend von der Kompetenz und der Qualifikation der Dozenten abhängt. Unsere Seminare und Ausbildungsreihen werden von den Kammern generell als qualifizierte Weiterbildung anerkannt. Einem auserlesenen, fachlich breit gefächerten Expertenkreis ein Forum zu bieten und dafür die jeweils besten Dozenten aus allen Teilen Deutschlands zu gewinnen, ist Philosophie, Anspruch und Konzept zugleich.